Der Europäische Rechnungshof ist eines der Organe der Europäischen Union. Als unabhängige externe Prüfungsstelle untersucht der Rechnungshof die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Union und vertritt somit die Interessen der Steuerzahler. Besetzt wird der Europäische Rechnungshof mit dem Sitz in Luxemburg aus je einem Vertreter pro Staat. Jeder Mitgliedstaat entsendet einen Vertreter für die Dauer von sechs Jahren. Unter Absprache mit dem Europäischen Parlament ernennt schließlich der Ministerrat die Mitglieder des Europäischen Rechnungshofes. Unter den Mitgliedern wird dann für eine Dauer von drei Jahren ein Präsident gewählt. Sowohl die Amtszeit der Mitglieder als auch des Präsidenten kann verlängert werden. Die Hauptaufgabe des Europäischen Rechnungshofes ist es dann, einen jährlichen Bericht über die Verwendung der Mittel der Europäischen Union vorzulegen. Hierfür prüft er die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Union auf Rechtmäßigkeit. Die Gelder, die von der EU ausgegeben werden, müssen nach den vorgesehenen Regeln und Zwecken verwendet werden. Deshalb nimmt der Rechnungshof stichprobenartig Personen oder Organisationen, die EU-Finanzmittel verwalten, unter die Lupe. Rechtswidrige Handlungen werden dann an das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung weitergeleitet. Organe der Europäischen Union müssen dem Rechnungshof alle Unterlagen offenlegen, die für die Kontrolle benötigt werden. Werden solche wichtigen Dokumente verweigert, kann ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof eingeleitet werden. Am Ende eines Haushaltsjahres liegt dann ein Bericht über genau die Prüfung vor. Er dient vor allem dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat zur Kontrolle des Haushalts der Europäischen Union. So steht die Arbeit des Europäischen Rechnungshofes auch im Interesse von Steuerzahlern. Es wird nämlich so sicher gegangen, dass die Gelder auch dafür und adäquat eingesetzt werden, wofür sie bestimmt sind. Achso, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, dann mache ich noch mehr davon.